Heide bitte und herzlich willkommen zu einem Video von Knau. Ich hab ein bisschen geformt. Bin über 38. Ab 1990. Und ja, also dazu muss man nichts sagen, oder? Ich hab 8 Herzen und 21 Sterne. Dann ganz viele rote Sterne. Aber wirklich viele. Ich hab mehr rote Sterne als die andere. Und wir gehen jetzt die ganzen Sachen verkaufen, wenn ich das hinbekommen würde, hier hochzukommen. Perfekt. Wir verkaufen die jetzt. Und dann gehen wir auf die andere Insel. Kaufen uns ein paar Pet-Pots da. Gucken wir mal, ob wir noch, ähm, antrinken können. Und dann möchte ich noch ein bisschen farben, damit ich nochmal den Papagei bekomme. Boah, wir haben gerade fast 2.000 Gems bekommen. Und warte. Ich will mit denen jetzt noch was zu trinken geben. Den passt es genau. Da braucht es nämlich 50 Gems, um da rüber zu kommen. Und ich möchte gerne 8.500 Gems rausgeben. Das heißt 10 Pet-Pots kaufen. Und dann, ja, ich hab mir schon 2 Plaschis gekauft. Oh mein Gott. Nein, echt jetzt? Ach man. Dann spielen wir mal kurz mit meiner Renze so ein Blut. Okay, nee Leute, wir kaufen noch nicht 10 Pet-Pots. Wir kaufen... 5. 2. Ich möchte ganz gerne noch... Hallo. Ich möchte ganz gerne noch ein paar Gems verhalten, weil ich immer nochmal 25 Pet-Pots aufs Niede. Und ja, ich spiele im Moment ganz schön viel... Von dem... Ganz viel Overlock-Gel. Das hat auch einen Grund, ich finde, Alter, irgendwie nicht mehr so nice. Finde ich jetzt so. Und wir gehen jetzt manchmal in den Pet-Jub. Und wir kaufen 5 Pet-Pots. Ich bin gerade ein bisschen zu doof. Und ja. Warte, guck. Kann man auch mal rein? Nein, kann ich kacke. Oh mein Gott. Was? Ähm. Wir kaufen uns doch keine Pet-Pots. Meinen Spaß, wir kaufen uns Pet-Pots. Dann muss ich aber nochmal 60.000 Gems zusammenbekommen. Wir kaufen uns 5 Stück von dem Bubble-Pet-Pot. Und kaufen die jetzt. Und dann öffnen wir die zusammen. Warte mal, ich mach gerade meine süße kleinen Blue auf. Shiny. Uiuiuiuiui, das war ganz teuer, 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 teuer. Egal. Achso, einen Silber-Pet-Pot habe ich auch noch. Wir öffnen den mal hier. Hoffnung, dass er gute Sachen auskommt. Den habe ich übrigens geschenkt bekommen. Was kommt da raus? Eigentlich ein bisschen Maus. Wir öffnen den mal hier. Ich kann den nicht veröffnen. Oh, okay. Und? Den habe ich noch nicht. Ist der putzig. Wir gucken gleich, was wir alles bekommen. Oh, die sind nur noch 8 Tage drin. Ich muss unbedingt ganz viel spielen. Och nein, echt jetzt? Die habe ich auch noch nicht. Das habe ich schon. Echt jetzt? Der ist einfach Carmen. An Carmen. Altfarbeer. Weil sie so eine nice Beute. Dann guck mal hier. Ich habe meinen Schein in Easter Coal. Aber ja, ich fahre mir jetzt ganz, ganz viel, damit ich mir mindestens eine davon kaufen kann. Aber am liebsten würde ich drei davon haben. Und deswegen, ja. Ich fahre mir jetzt ganz, ganz viel. Habt euch lieb. Und tschau. 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 Tschau.